Ich geh hier zum Container hin, mach halt die eine Seite schon mal komplett zu Dann geh ich halt in den Container mit den Zombies rein Auf einer Seite laufe ich dann, wenn die Zombies drin sind, dann laufe ich auf der anderen Seite zurück und mach die Tür dann halt wieder zu Polizei... Hut... Rape ein Flashlight Ich weiß noch nicht BDU Pants Das bist du Okay, also eigentlich wieder hier raus aus der Zeltstadt Ja Das ist eigentlich nichts Die Zombies da drüben rechts neben uns Dann lassen wir das Siehst du von hier aus, so wie Captain Price aus Dings of Call of Duty Und das ist ein Anzug Also das waren so So ein Hut und die Ausrüstung also So langsam komm ich auch an das Outfit ran, was ich eigentlich überwiegend trage Ja Also ich glaube die Route eigentlich nicht unbedingt immer so Aber ich laufe jetzt auch nicht alles hier ab mit dir Aber Hm Mh Dings halt öfters mal Kann ich euch mal zeigen Da Der Waldstreifen Da ist halt oftmals Da ist halt oftmals Liegt da halt ein Sniper Oder halt einfach insgesamt Da sitzen halt gerne mal Leute Okay Dings halt wenn du dann halt in der Zeltstadt bist Und dann halt beschossen wirst Dann äh Schafft man das halt meistens einfach hier aus rum zu laufen Und dann Am Rande der Mauer Und dann geht man halt von hinten ran Ah Okay Und die sind da Da gibt's ne gute Position oder wie Ja das Ding ist halt äh Es ist halt irgendwie eigentlich die beste Position mit Weil Erhöhte Position Du hast einen Weg auf die Zeltstadt Hm Siehst halt was hinter der Zeltstadt passiert Um die Zeltstadt rum Auf dem Airfield selber Ah okay Und äh Bist halt ein bisschen getarnt Nice Weil oftmals ist es halt so Es steht jetzt halt dann einfach hinten am Ende der Und dann äh Kann man eigentlich von hier ganz gut ran gehen an den äh Spiele Man kann ihn natürlich auch einfach vermeiden indem er wegläuft Ja Da ist irgendwas TTS KO Jacket Ja Empfehle ich jetzt nicht so Aber wenn du möchtest Ich möchte mal anziehen Aber du hast ja gar keine Jacke Nee Dann zieh doch die Jacke an Ja ja so warte mal Nee Jetzt geht ja gar nicht oder Kann ich Doch du musst dein T-Shirt aber dafür ausziehen Einfach hinlegen Ja aber Smush West hab ich Nee nee das ist äh Das ist ja ne Jacke und keine Weste Smush West ist äh Das ist ne Weste und keine Jacke Ja ist ne Weste Am Mage Warte mal Cargo Pants Ach da warte da Warte da Beige T-Shirt jetzt hab ich es gefunden Das ist oben gewesen Klar Jetzt hab ich extra noch 6 Flots dazu frei Das ist schon auch nicht schlecht Aber du hast ja schon eine ne oder so Du hast ja schon irgendwas Ja Meine Jacke ist halt noch äh mal zweit was größer als deine 5,45 ne Gibt's die Munition Ich nehm einfach mal mit Komm ich Mal mit Ja Hab ne Hose für dich Neue wenn du möchtest Eine was? Neue Hose für dich Ach Hose Ein bisschen Ein bisschen Methan Na Kann ich auch noch mal ein neues Rezept zeigen Fürs Crafting Hier haben wir einmal ein Burlip Sack Hier haben wir ein Seil Kannst ja mal die Sache aufeinander ziehen Und ein Backpack craften Warte mal Ja ich hab's gleich Craft Careerback Genau Ah Und das Ja Zwölf Slots ne Zwölf Ja den kann man Den kann man dann aber auch wiederum nochmal erweitern Echt? Den man Ja nicht dass die Pants das auflegen Ne die geht rein Hm nein Wenn du jetzt mal hinlegst auf dem Boden Ach ne Kann ich hier auch einfach auf dem Boden legen So Hier sind dann halt Wooden Sticks Und die soll dann auch nochmal auf dem Backpack rauf So Craft Improvised Backpack Ja 20 Plätze Ja Schon geil Wird jetzt nicht viel größer Also ist jetzt kleiner als mein Aber ich glaub ich nehm die jetzt einfach mal mit So So wo ist die Waffe Die 1 Na Genau Na Na Ah So mit Finde ich der sieht äh bisschen besser aus Warte wo bist du Ah Was meinst du Ja Ich hab den jetzt mitgenommen Weil ich finde der sieht besser aus Ja Damit bist du aber auch besser getarnt Oh ja du bist jetzt auf jeden Fall Ja Besser Getarnt Boah Dann bin ich hängen geblieben mit den Bäumen Zwischen zwei Die Zwei äh Zwei äh Büschen Oder zwei kleinen Bäumen Kann man sagen Ist schlimmer geworden Aber ich finde die äh Tannen sind besser Weil manchmal ist Es stehst du in der Tanne drinne Aber du kannst mich ja eigentlich ziemlich gut sehen Noch Und in den armen 2 Tannen Da kannst du dich ja reinstehen Du wirst nicht mehr gesehen Aha Hehehe Das machen wir mal nach hier Also zu deiner linken kannst du halt Das ganze Airfields sehen Was auf der anderen Seite so ist Ja gut Was wahrscheinlich auch äh So das äh meistbesuchtes Gebiet ist Das links? Ja auf der Also auf der anderen Seite des Airfields Achso Was gibt's da? Ist auch noch eine Airfields Ja da stehen ja ganz viele Baraden Ah ja genau Ah ja genau Trägen weiter Ah was denn Ah ok Ja gut Ist noch I need a drink Aber wenn du Geld Ist ja noch alles ok Das haben die aber auch Ja das ist irgendwie komisch Ich mach einfach mal die Waffe aus dem Anstag Ja jetzt hast du Hm Ich mach einfach mal die Waffe aus dem Anstag Ja jetzt hast du Ja 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 das habe ich vergessen Ähm Ja die Die mit dem links mit dem Mit der Anzeige zwar auch bei der Z besser also Also Ich meine bei den links beim armen 2 Da wo man wenn man trinken muss oder sonst was Rechts die Anzeige Ja das Ja das Also sowas kommt ja in der nächsten Version auch wieder rein Ah geil Hast du hast du unten Äh Rechts hast du Dann halt so alle Sachen die dir halt anzeigen was du hast für eine Blutgruppe Was für eine Krankheit Äh Deine Temperatur Dein äh Essen Trinken Da wird halt dann alles wieder angezeigt Das ist gut Äh Und auf der linken Seite kommt dann halt unten die Stamina Leiste Mhm Wenn du das Stamina System aus Arma 3 kennst dann ist das nicht umso ganz anders halt Achso Was dann halt äh Umso mehr du trägst desto äh Weniger Stamina hast du halt auch Hm So die Ausdauer oder? Ja genau Muss ich sagen aber also das Stamina System macht das Spiel äh Glaub ich vom Gameplay her auch wieder Ein ganzes Stück interessanter würde ich sagen Joa Also wenn du die ganze Zeit wegläufst ne Und dann irgendwann aus der Brust du bist Jetzt kannst du beschossen werden und einfach durchspringen und dann bist du weg Ja Irgendwann wenn du es schaffst Ja Aber wenn du jetzt so ein Stamina System hast und dann irgendwie Vielleicht Gerade schaffst du über die halbe Landebahn zu äh rennen Wenn auf einmal äh aus der Brust du bist dann äh kannst du nicht so schnell wegrennen Ja Dann ja stimmt Und dann überlegt man sich glaub ich immer noch so Ah soll ich jetzt von dieser Position schießen soll ich lieber nicht Ja Ja das gibt dann taktische Möglichkeiten Und da halt auch die Zombies halt nochmal überarbeitet werden die sind halt Die sind halt schneller äh als in dieser Version Die sind äh gefährlicher Und du kannst halt wenn du schießt so und die Zombies in deine Richtung laufen Das sind halt wahrscheinlich irgendwann viel mehr als jetzt noch Dann ist es halt echt äh unglug wenn du einfach schießt und dann kommen die ganzen Zombies und du kannst nicht mehr wegrennen Ja stimmt das ist nicht doof Ja stimmt das ist nicht doof Ja stimmt das ist nicht doof So bist du noch hier oder bist du Ich bin über den Baracken Dann bist du auf die andere Seite Ja Wo bist du Ich bin reingelaufen ins Gebäude Du bist in das Prison Ja sowas ähnliches genau Du musst du rein mit dem Zombie Was Du musst rein mit dem Zombie Ah du musst mit dem Zombie rein okay Draußen ist ein Zombie Steht vom Gebäude Du musst dann irgendwo wieder rauskommen Außer du willst ja noch irgendwas machen Ja Gehen raus Also in dem Gebäude spawnt momentan sowieso nichts Das ist nix Damals haben die einfach halt in dem Gebäude wo wir drinnen waren haben die halt die Lootspawns entfernt Weil da halt äh zu viel Loot drin gespawnt ist Hm Also in dem Gebäude wo wir gerade drinnen waren da haben die einfach die Lootspawns entfernt Weil da halt früher To much gespawnt ist Also echt War nicht mehr Nicht mehr schöner Da hat's angefangen zu laggen wenn du in die Nähe gekommen bist Hohohohoho Oh War dann ungefähr so wie so ein Messiehaus so und Hier hat's wieder falsch gerannt Ähm Hm Kann ich weiter laufen? Da ja da bist du Okay ich hab's nicht Es war halt so wie so ein Messiehaus so äh aber ein besseres Messiehaus nicht so irgendwie nur unnötiger Kram Sondern du konntest da reingehen so Ohja heute spiel ich ne AKM Nimmst 3 äh Max dafür mit Und dann nicht unbedingt immer die kleinen sondern halt wirklich die 75er roundmax Also gab's viele Auswahl gleich da Ja es gab im Laufe von daisy schon so viele Lootbugs Bei den Förtnerhäusern da war auch äh Lootbugs äh Mal drin ne der 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 Spawns war noch Loot aber Der ist jetzt ein bisschen besser geworden Oder viel besser Die Autos waren früher auch Besser bestückt vom Loot her Ah ok Ist das jetzt eine Stadt oder wie? Ja Äh das hier ist Vibor Ist ja guck mal Wird's eher so ein Dorf nennen aber Hm Glaub ich als Stadt äh angesehen Hm Glaub ich als Stadt äh angesehen Hier ist ein halt ein Brunnen Ah ok Ah ich mach gleich mal mit zu mir weg Aber hey das Problem ist der Ist doch ein Zombie Hm Ah Ah Kann man mit der Waffe auch schlagen oder wie? Nee Nee kann man nicht Ich hab schon das letzte Mal gefragt Nee bei mir ist so äh Ja Also es gab äh äh Es gab äh äh er gab ein Bayonett früher für die Waffen äh für SKS Mosin äh AKM Bayonet m4 hatte auch Bayonet Aber schlagen konnte man damit äh nicht setzen Es war halt einfach nur da ne War halt so gesehen, äh, Wartner Platz für das Messer im Inventar. Hör mal, ich gucke mal auf die Option. Kannst du ruhig trinken, wenn du möchtest. Ja, bei mir ist Google, bei mir ist das alles weg. Das ist nur energised und das war's. Das Thirsty ist wieder weg, was ich den Steak das zweite Mal gegessen habe. Ja, aber trink trotzdem was. Warte mal, ja. Ähm, ja. Im Beispiel, äh, siehst du auch da hinten? Äh, den, den Zombie da hinten, der in Weiss. Wenn du sein Gesicht jetzt sehen könntest, so, der, das ist halt, äh, der Dean Hall Zombie und der hat immer eine Kiwi dabei, immer. Hahaha. Geil. Ich bin jetzt auf jeden Fall hydrated, ne? Bist'n du jetzt weggerannt? Bist du, äh... Oh, ne, bin ich rausgerannt? Ah, ich bin jetzt bei dem, äh, bei dieser... Barrage, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Also hier in dem, in dem Dörfchen, Städtchen war auch mal mehr los früher. Also hier ist fast immer jemandem begegnet. Okay. Meinst du, Spieler, oder was? Genau, ja. Oh, okay. Wozu Zeiten, wo ich noch auf einem, äh, RP-Server gespielt hab? Mhm. Äh, da war, da war ja nicht immer jemand, so... So immer Action. Ohoho. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier ist es... Hier ruckelst du wie Sau bei mir, so, was passiert. Jetzt hat er mich ja nicht erwischt, oder was? Scheiße, ich blute, ne? Wie kann das sein, jetzt? Ja, dann, dann laupt vor mich, laupt vor mich. Hä? Da ist noch ein Zombie. Muss mal jetzt weg. Ja, pass auf. Geh mal ins Haus, oder? Ja, aber da musst du alle Türen zumachen. Oder ich schlag ihn mal. Ne, ne, ja, ne, da ist das lieber. Mach dir eine Tür hier hinten zu, dann kommt er da nicht rein, dann musst du halt nur noch die vordere Tür zumachen. Alter. Ja, Tür auf und es führt wieder zu, sofort. Und dann kommt er nicht rein, oder so? Ne, da kommt da keiner rein. Kann ich mich die ganze Zeit um den anderen kümmern? Jetzt muss ich erst mal verbinden. Ohoho. Was? Ich hab kein Verband, oder? Ja, stimmt, ich hab ja kein Verband, oder? Hast du, hast du nicht? Ne, ne. Dann mach die Tür auf, dann komm ich rein, dann gebe ich dir was. Tür auf. Ja. Mal. So, hier kannst du Bandagen auch behalten. Was bringt mir so ein Armband eigentlich? Äh, ja, das kann man sagen, ist halt ein Back-Up, äh, Back-Up-Bandage, ne? Also man kann's als Erkennungsmerk mal benutzen, aber man kann's halt auch als Back-Up-Bandage benutzen. Weißt du craftest das, aber du brauchst dann halt auch irgendwie was, womit du's halt zerschneiden kannst am Ende. Warte mal, wenn ich jetzt die Tür jetzt zugemacht, also, du hättest nicht reinkommen können, oder wie? Ja, ich hätte schon reinkommen können, ich hätte einfach die Tür aufmachen können, aber es ist einfacher, wenn ich jetzt sag, dass du die Tür aufmachst. Achso, ja, ich hab gedacht, es kommt nie mehr rein, das mach ich zum Schluss, ne? Okay. Weil Zombies kommen nicht rein, ne? Oder kommen die schon rein, wenn ich... Nee, nee, die kommen nicht rein. Oh, Zombies an der Hintertür. Ist es drin, ne? Okay. Wow! Na komm, dich mach ich noch ein bisschen. Hä, zwei Zombies, oder was? Nee. Nee, nee, nur einer. Anderes bei mir. Oh, shit, jetzt, ähm, verbinden. Langsam müssen wir Armbänder, Armbänder, sag ich schon, Dinge. Ja, wie du jetzt siehst, halt, wenn du in den Entz von mir reinguckst, ist halt der Dean Hall. Der hat halt ne Band, äh, hat ne Kiwi dabei. Wann, was ist denn das eigentlich? Kann ich das eigentlich? Nee, ich kann dir aber noch mal zwei geben. Danke. Ähm, ja, wie kann ich da nur abreißen, wenn ich ein Messer habe, oder sonst was, oder? Äh, die kannst du halt nur wieder zu ner Rack machen, wenn du halt ein Messer hast, ja, genau. So, okay. Oder ne Axt, ich glaube, mit ne Axt geht's auch. Ja, mit ne Axt geht's auch, hat alles, was halt zum Kleinen funktioniert. Ach, meinst du, der Typ hier, der Zombie hier ist, den Hall. Genau. Der hat halt ne Kiwi, wenn du in den Inventar guckst. Das ist ja nur infected bei mir. Reingucken und dann hat er halt so ne Kiwi. Die hat vielleicht kein Bild, aber ist ne Kiwi drin. Ach, das so, in der Tat, ja. Mitnehmen. Nice. Ich hab gedacht, das wäre ein Bild, aber ist... Ähm, ich lauf jetzt mit der Endlich auch nur rüber so, so ganz entspannt, weil halt einfach... Äh, weil so die Gebiete kennen, so wo die Spieler sind, wo sie nicht sind. I'm rapidly warming up. Okay. Hast du auch den Status hot? Äh, ja, hab ich. Also da, weil du nicht overheating bist, so ist nicht schlimm. Dann gestern, das war, wo du auf einmal vor mir warst, dann warst du, zack, was, bin ich gegen die Dingsbillen, äh, wegen dem Lag, bin ich gegen den großen Stein gerannt. Aber hier geht's eigentlich, bei dem Server ist es gut. Also manche Server sind hier halt so, die sind nicht so gut von der Performance her. Hm. Weil auch manche so oft, die kann ich gar nicht erst connecten. Manche kann man nicht connecten, ne? Ah, nö, die funktionieren kurzzeitig nicht mehr und dann... Oh. Ah, nö, die kann man auch schnell, ähm, schneller springen, ne? Wenn man über den Zaun springt oder sonst was, also auf Hau drückt, ist man schneller drüber als beim DZ, also von AMA 2, ne? Als bei AMA 2. Weiß gar nicht. Habe ich jetzt eigentlich mal im Kopf, so wie das war? Das war einfach, du bist, da bleibt er kurz stehen und geht, äh, macht den Fuß drüber und hier bist du, glaube ich, schneller drüber. Also, also hier gibt's das aber auch so, dieses normale rübergehen, wenn man halt so ist, dann geht man so. Aber hier macht er zack, ist er schon schneller. Aber wenn du halt im Sprint bist, dann springst du drüber, ja. Genau, man kann da drüben, kann man doch, man, wenn man springen drückt, kann man auch drüber springen, ne? Schneller, aber, das stimmt. Aber dauert langsamer, die Animation, hier ist es schneller. Ich muss sagen, was, was halt eigentlich mich immer zu bewogen hat, so irgendwie AMA und DZ zu spielen, war halt einfach, weil das halt das Gesamtpaket besser war, als in manchen anderen Spielen so. Also, wenn ich PvP machen möchte, dann möchte ich auch PvP haben, aber nicht irgendwie sowas wie in anderen Shootern halt. Es gibt halt andere Shooter, die machen es halt auch schon eigentlich ziemlich gut jetzt. Aber halt, so dieses halt, in DZ und AMA ist es halt mit diesem Springen, es ist halt, bringt eigentlich nichts. Es ist halt dann wirklich, machst du es dann nur, wenn du es halt wirklich brauchst. Mhm. Und in anderen Shootern ist es halt so, wie, keine Ahnung, wenn du Fortnite schon mal gesehen hast, da springen ja alle immer so rum. Ja, ja. Oder ja, gut. Ja, in Fortnite ist es heftig, ja. In PUBG kann man nicht so, ja, kann man noch springen, ne? Das ist ja nicht so, ist nicht so beliebt wie in Fortnite, ne? Das Springen. Weil so in Battlefield und COD, das ist ja auch so an sich, dass das, äh, nach einer Zeit, so, du kannst halt nicht einfach, äh, die ganze Zeit hinter dir nach springen, sondern du, äh, nimmst halt auch an der Höhe ab und an der Geschwindigkeit, wie du springst. Mhm. Aber am besten finde ich das halt, äh, wie, äh, in den Rainbow Six, äh, oder, äh, in den Rainbow Games halt. So, dass halt einfach so, wo du halt nur springen kannst, wenn du halt auch ein, äh, Hindernis hast. So, der Zelte, nice. Oha. Base. Big Military Tent, ist aber nix drin hier bei dem Zelt, also, boah, ist der riesig, alter. Das ist ja richtiges Riesen-Inventar, das hat, haben das die Spiele aufgestellt, oder haben das, ja, das haben die Spiele aufgestellt. Oha. Aber hier schon was denn, oder? Aber in dem anderen Zelt ist nichts drin. Und hier, ist ja übelst viel drin. Great Hell, ne? Was hab ich eigentlich nochmal für Munition? Äh, 7,6,39. Ah, da ist es, ne? 10,9. Könnte ich die nehmen. Hier gibt's noch was zum Essen, kannst du mitnehmen? Was ist das für ein M68 Optics? Brauchst du das für deinen Ding? Äh, das ist ein Rückpunkt-Visier. Nimmst du mit, oder? Wollte nicht. Was zum Essen gibt's hier? Was ist das hier? Ähm, Hitpick gibt's ja auch. Brauchst du eine AK, oder ist das das für eine? AKS. Das ist 74U. Ich mach gleich mit. Wofür ist das Small Protecto Case? Kannst du Sachen reinpacken, dann sind die halt geschützt. Äh, kann halt sein, dass sie halt im Feuergefecht halt dann überleben. Ja, hier durch die Brechstange, die Brechstange kann ich da lassen. Und... Wollte die AK nicht mitnehmen. Hier. Warte mal. Ich muss hier aber das Zeug... Achso, das ist schon im Moment. Und die AKS 74U brauchst du nicht. Äh, ne, die brauchen nicht, aber die auch in Wazin. Achso, gibt's kein Magazin für die, oder was? Für die AKS? Doch, schon, aber es ist keine Munition verfügbar. Nur auch in der AK hier war was drin. Läufst du Raum? Ja, gell. Läufst du gerade. Ich weiß nicht, welche Munition das ist denn jetzt? Ist das nicht das irgendwo? Ist die schon im Dings? Ach, du hast doch 5,45 mitgenommen vorhin, oder nicht? Ne, ne. Ich hab nur 7, äh, für die AKS 74U 39. Sind jetzt die 5,56 Millimeter bei uns? Äh, 5,56 ist für M4. Okay, ja. Äh, 7,62 x 54. Die Munition war, glaub ich, nicht drin von der AKS, oder? Hm? Von der AKS war die Munition nicht drin, oder nicht dabei, oder was war das jetzt? Ne, komm mal mit, äh, ich hab, äh, du kannst, äh, du kannst, äh, nicht die AKS, ich hab, die große AK. Naja, ich hab aber die ja in der AKS genommen. Naja, ne, komm mit. Naja, ich geh ab. Nimm die, die große, das, äh, finde ich besser. Hier, hier hab ich die reingepackt. Nimm doch du die große, ich brauch sie doch gar nicht. Ne, ich hab ja eine. Gibt's noch ein Zelt? Da gibt's sogar ein Dings, ey. Ein Scharfschützengewehr. Ich weiß nicht, wenn du, wenn du sowas eher spielen magst. Ja, hätten wir schon das. Das ist, äh, das ist der AKS. 0, 0, aber jetzt nicht mit 0. 28 sind schon drin. Essen ist da hier drin noch. So. Wo bist du? Außen, außen zählt. Mal kurz mal. Okay. Aber das war ja jetzt ja ganz schön ein toller Fund, ne? Eine schöne Waffe, ja. Ja, das ist ja ganz schön viel. Mal grad halt nicht alles mitnehmen. Auch noch so eine Location, die vielleicht ein bisschen bekannter ist, so. Wahrzeichen. Ah, okay. Das ist, äh, irgendwie, ne, das war irgendwie, ne Anspielung auf irgendeine Szene aus einem Film. Weißt du, ich weiß nicht, wie der Film hieß jetzt. Oder es war eigentlich so ein, ich weiß nicht, ob der Witchcraft oder sowas hieß, keine Ahnung. Ne, ne. Also, was ein Horrorfilm ist dann sowieso nicht. Aber es ist halt einfach eine Anspielung auf irgendeinen Film, irgendeine Szene. Ja, dann sind sie ja die Spieler, irgendwo in der Nähe wahrscheinlich, oder sind, spielen hier irgendwo. Ne, die haben halt einfach ihre Basis hier. Überall sein. Was hast du für eine Grafikkarte nochmal drin, äh? Ich? Ja. Hast du mich schon mal gefragt? Ja, irgendwann hab ich schon mal gefragt, ja. Ne, ich glaub nicht. Weiß nicht. Ich hab, äh, hab ne, noch ne ziemlich alte 370X drin, von AMD. 370X? 370. 270. Ja. Ah, okay. Äh, das ist eigentlich, ist wie so ne, wie so ne, ja, vielleicht, wie so ne GTX 680er. Ah, das sag ich früher mal. Ja, sag ich früher mal. Also, das ist, ich denke, das ist nicht schlecht, so, das ist ein bisschen out of, out of date jetzt, so, aber über die Spiele, die ich spiele, kann ich damit noch spielen, ne? Joa, das ist super. Reicht mir halt. Konnte ich ja damals auch mit dem GTX 680, aber das hat halt, ist schon... Hast du jetzt drin? Ich hab ja die GTX 780Ti drin, die ist ja so ähnlich wie die GTX 79er. Hast du ja später gekauft oder sofort am Anfang? Ne, später, Herbst 2016, hab ich die gebraucht geholt. Für 200 Euro, 199. Wah. Äh, das... 3, ja, das waren halt damals schon was. 3 GB, ne, VRAM, das war schon was. Aber heute ist es nicht mehr viel. Hast du 4 mindestens brauchst du heute. Normalerweise. Also für, ja. Also, mein Traum war als nächstes so eine 89.di. Aber die ist halt toll, die ist, glaub ich, jetzt, die kostet schon, und so ab 400 oder 350, oder 400. Ja, ja, das ist schön. So. Die hat 6 GB RAM, äh, VRAM. Ich wollte irgendwann nochmal upgraden, so, ich warte, aber es ist momentan, ist ja komplett Grafikkarten ausverkauft, so. Ich glaube, momentan kosten... Ja gut, jetzt sind wir ja angeblich die Preise wieder runter, die Mining-Preise. Die Grafikkarten. Ähm, aber es ist trotzdem, denk ich mal, schon noch teuer. Hm. Ach, sag mal so, ich warte einfach noch ein bisschen, so, weil die Vega Grafikkarten, die von AMD jetzt, sind ja auch nicht so geworden, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich mir die holen muss. Ne, die AMD-Karten sind nicht so. Aber ich warte jetzt, äh, vielleicht noch eine Generation bei Vega, vielleicht machen sie es, es wird dann halt so was, ein Surprise wie bei der, bei der Ryzen, äh, Serie halt. Hm. CPU, die, die sind schon nice, die Ryzen-CPUs, äh, von Preis-Leistung her. Ich sag mal so, also, als sie das ja vorgestellt haben mit den, äh, Benchmarks zu, äh, ja, Video-Rendering, das war so ein bisschen, so, äh, aber ehreführend, finde ich, weil es ist, äh, eigentlich bekannt, dass, äh, AMD-CPUs fürs, äh, Rendern halt weniger Zeit brauchen als eine Intel-CPU. Ah, okay. Aber es ist dann halt, glaub ich, haben, ich weiß nicht, so, so, Gaming-Benchmarks, so, da sind die halt noch, äh, ein bisschen schlechter als, äh, so eine Intel-CPU. Ja, das stimmt. Die sind dann langsamer. Aber dafür die Intel-CPUs teurer. Richtig teuer. Ich sag's mal so, jetzt, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt eine Ryzen-CPU reinsetzt, so, und dann, äh, erreichst du auch, äh, spielbare FPS, wenn du so ist das nicht. Hm. Das sind, äh, meistens so vielleicht 10 FPS, so. Ups. Ja, stimmt. So. Also ich kauf mir jetzt auch keine CPU oder GPU, nur damit ich 10 FPS mehr hab, das bringt's auch nicht. Ja, das stimmt. Hauptsache, ja. Das müsste schon, mindestens, äh, ja, die Hälfte mehr, also, von der Leistung her, von Prozent her, mindestens 40 Prozent Höhe besser sein, damit sich der Kauf lohnt. Aber, äh, von FPS, sehr klar, das ist... Ich sag mir jetzt so, wenn's, wenn's irgendwie ne neue Architektur ist, oder so, wo dann irgendwas besser dran ist, so, dann kann man da überlegen, so, ob man dann jetzt mehr FPS hat oder nicht. Bei mir ist das Problem, ich hab schon, also CPU, weil ich hab ja, ich hab ein Mainboard von 2009, äh, das ist schon so high-end, äh, mit, äh, ich glaub, Pro Evo, bla bla bla, kann man übertakten, ähm, von Asus. Aber da hast du halt einen Prozessor, äh, der hat 3,33 Gigahertz, vier Kern, und, ähm, aber da kannst du halt keinen neuen, äh, weiter, brauchst du halt ein komplett neues Ding, Zockel. Das ist jetzt auf ein Zombie angeschossen. Aber was eigentlich nicht so funktioniert hat? Das, also du hast die Dings, so eine Dings, äh, so eine Leise, ist das der Ding. Das sah aus wie ein Spieler. Wow. So, gerade voll geblitzt, voll geschossen hast. Aber ich hab ja auch eine, aber hier ist lauter eine. Das ist ein AK, so eine AK-gedämpfte ist schon laut, ne? Ja. Haben die irgendwie Zombies was dabei? Die können was dabei haben, Munition. Essen. Wow. Was war das? Manchmal auch Netze, ich hab geschossen. Okay, pfff, das hat mich voll erschrocken. So. Hier gibt's Westen. Can open, bla bla bla. Das Militärlager hier war, wurde auch überarbeitet, das war früher, ja, nicht unbedingt, äh, größer, aber halt, also nicht mehr an Zelten, es war aber halt, äh, größere. Ja, ich sag mal so, die überarbeiten zwischenzeitlich immer mal und machen ein visuelles Update. Ich glaub ich schmeiß mal meine MP5 weg. Außer du willst die wirklich spielen. MP5, was denn das für eine? Maschinenpistole halt. Ich mein jetzt, äh, gedämpft oder wie? Äh, also, ich hab einen Silencer dafür. Okay. Ja, ich hab, ich hab ja schon ja die AK und den SKS, ne, ich brauch. Danke, ich hab's schon, zwei Dinger. Ich hab keinen Platz mehr für. Zum Luxus. Hast du eine Pistole oder so, mit, äh, für die du ein Schalterverbrauchst? Ne, ich hab, äh, nur noch diese alte, Red 9. Ah, ne, die geht ja nicht ins Highlands. Weltwar One. Ja, das ist toll. Mit der ich den einen Typen, äh, abgenaut habe, der mich auch angeschossen hat. Da ist ein Hund sogar hier dabei. Ja. Da hier liegt, hier liegt, so ne, AK Handguard Rail und ein Butchstock dazu. Butchstock, Butchstock. Komisch. AKM, beziehungsweise, ist es ne, AKM Ersatzteile, also Teile dafür, ne, da fehlt, glaub ich, nur ein Teil oder so. Boah, die sind überall so ein bisschen. Ja, ich bin, äh, äh, komm mal hierher. Raus. Warte, ich darf mal raus. Du bist schon vorbeigelaufen. War eigentlich da, wo die, äh, dem Ausgang. Achso. Warte, warte, will die noch ne Zombie wegmachen von dir? Aber da war ich eben, ja. Hinter dir bin ich jetzt. Okay. Okay, guck mal, ein Massen-Grab. Ja. Krass. Die Texturen sind nicht mehr so ganz up-to-date, aber... Texturen, ne? Doch, jetzt seht ihr. Ist nicht für einer hier. Markiert mit Dings, mit Kreide oder Bemalung. So. Hier ist also eigentlich die einzige Position, wo ich halt Zombies, äh, wegmach, wenn ich weiß, dass hier, dass ich hier nichts gesehen hab. Mhm. Weil die sind echt zu viele Zombies. Oder hinter dir ist noch eine. Wow. Das sind ja überall, ist der Wahnsinn. Ja. Was ist denn da hier los? Was ist denn da hier los? Was ist denn da hier los? Das ist ja der Hammer. Aber hier sind wir immer, wenn du abschießt, da so ein, so ein Leuchten, kurz Leuchten, sieht man. Das ist halt der Massen-Flash. Guck mal, hier liegt was. Ein small Protector-Case. Und da ist dann nichts drin. Das kann sein, dass was hier gerade erst ein Spiel hingelegt hat, oder vor ein paar Stunden. Dinger bleiben halt länger liegen. Mhm, okay. Puh, ja. Wollen wir uns dann auslogen langsam? Du könntest machen, wenn du möchtest. Also ja, hier dunkel. Können wir morgen ein bisschen früher vielleicht haben. Und gar nicht, wenn es geht, oder was. Also genau die selbe Zeit, 18 Uhr. Können wir mal machen? Können wir mal machen? God. So.